Nimmst du mir heut am Abend mit dem Brauter? Kinder lassen's da nicht rein. Ich sag's der Mutter. Hast du schon einmal gedacht, ein Modell zu stehen? Die hast du bestellt? Sie kommen doch zum Akt stehen. Das ist meine Schwester. Du zeichnest die nackt? Suchen's denn Klimt? Soll ich vielleicht die Wahl ja mal für dich setzen? Blick bitte auf mich richten. Gänst die Unterhosen noch ein Stück hoch zu? Und Herr Egon Schiele, Kunstmaler. Wom geht's? Zur Vorladung für das Bezirksgericht. Das ist abscheulich. Das ist Pornografie. Ich bin Künstler. Ich hab die Verantwortung, die Freiheit der Kunst zu verteidigen. Jetzt ist wieder eine bei ihm. Wahrscheinlich zwei Huren. Ich würde ja auch gerne einmal bei Ihnen Modell stehen. Bleib so. Ich krieg den Oberkörper noch ein bisschen auf. Arbeiten wir schon. Ich arbeite immer. Du schreibst auch meinen Namen aufs Bild. Nein, mein Name kommt drauf. Ich bin der Künstler. Du lässt dich von der Augen den Finger wickeln. Der andere und ich wollen heiraten. Du musst warten, bis du 21 bist. Vor allem lass ich dich nicht heiraten. Du darfst alles und ich darf nichts. Es reicht, Gerte! Meine Großmutter hat immer gesagt, eine Frau soll sie für den Richtigen aufheben. Aber die hätte mich für dich aufgekommen. Wenn ich sie fragt, ob sie mich heiraten wollen, Frau Deine Edith, dann wird ihnen das keiner verbieten können. Dem Egon ist alles egal. Du hast doch versprochen, dass es aus ist mit ihr. Hör mir auf mit deiner ständigen Eifersucht! Du wirst jetzt jemanden festhalten, der dich verlassen wird. Egon! Walli, ich brauch dich für das Bild!